herzlichen dank daniel für die liebe einführung und auch für die einladung ich freue mich sehr hier zu sein und ja daniel hat schon angedeutet mein vortrag wird so ein bisschen zweigeteilt sein ich habe hier meinen plan aufgelistet also ich will anfangen mit duden und der frage welche autorität hat der duden überhaupt und dann ein bisschen erläutern wie wir eigentlich arbeiten in der duden redaktion oben dann großen sprung zu machen und auf das thema zu gehen wo es über das ich dann auch beim workshop mit ihnen und euch sprechen möchte nämlich perspektiven auf das unsagbare aus semiotik sprachphilosophie und kognitionswissenschaft mit dem fokus auf das beispiel metaphern also in diesem vortrag jetzt bin ich gar nicht so theologisch und spirituell unterwegs aber ich hoffe dass sie ganz viele kleine andock punkte finden für das spirituelle und ja das wird es dann im weiteren gespräch noch vergrößern können dann hat so schön gesagt diese sache mit der autorität also zwischenzeitlich habe ich echt gedacht das war eine dumme idee katholische theologie zu studieren auch als frau und ich habe es dann aber durchgezogen und dann eigentlich gar nichts mehr damit zu tun gehabt weil ich dann direkt den weg in die in mein anderes fach in die linguistik gewählt habe und mich mit der sprache beschäftigt habe und habe dann aber gemerkt naja in der sprache steckt schon auch ganz viel von dem was ich eben im theologie studium eigentlich hinter mir lassen wollte und eben jetzt in meiner bei meiner jetzigen arbeit auch die frage nach der autorität nach dem lehramt nach den leuten die uns sagen wollen was wir zu tun und zu lassen haben oder was wir zu denken haben und wie daniel es schon so schön gesagt hat das wird dem duden oft zugeschrieben duden was ist es eigentlich es gibt dieses orthografische wörterbuch von 1880 was wir ganz liebevoll den urduden nennen das erste wörterbuch was konrad duden geschrieben hat er war lehrer und wollte eigentlich eins erreichen nämlich einigkeit es gab verschiedene rechtschreibungen in dem ländern die wir jetzt so als deutschland begreifen es gab vor allem auf der einen seite die preußische rechtschreibung und auf der anderen seite die bayerische rechtschreibung und duden hatte die idee es wäre doch viel schöner wenn wir gerade 1880 so die zeit dass das deutschland zusammenwächst und man die idee von seiner nationalen identität hat es wäre doch viel schöner wenn wir einigkeit haben und nicht die einen so schreiben und die anderen so und dann hat er sich auch mit der politik zusammengesetzt bismarck wollte erst nicht so richtig und hat dann gesagt okay machen wir doch dann gab es erst eine erste orthografische konferenz und dann eine zweite das ist so ein dünnes büchlein dieser urduden also wahnsinnig klein im vergleich zu den dicken wälzern die wir jetzt so produzieren da steht da der konrad duden die zahlen müssen sie gar nicht genau jetzt erkennen können da auf dieser präsentation es geht nur darum der erste balken das ist eben der der urduden und es wird von auflage zu auflage dicker weil wir immer mehr wörter aufnehmen wir haben auch andere produktionsmöglichkeiten natürlich jetzt und neben dem gedruckten duden haben wir auch noch unsere digitalen wörter bücher die noch viel umfangreicher sind also das heißt nicht unbedingt dass die sprache jetzt größer wäre als die 1880 war sondern das war eben anfang er hat erst mal das wichtigste aufgeschrieben und wir sagen jetzt naja es gibt immer noch mehr was was wir für wichtig erachten so und jetzt ist ja die frage was im duden steht ist richtig und muss dann auch so sein und der duden sei die autorität duden war bestimmt 1880 schnellen autorität dieses kleine büchlein das orthografische wörterbuch wurde gefördert man konnte das für eine mark kaufen alle hatten das relativ bald und es war klar danach richtet man sich das ist jetzt lange nicht mehr so es gibt vorne im rechtschreibduden wenn man nachliest im kleingedruckten und das habe ich ihnen jetzt hier mal aus der duden online variante mitgebracht eine erläuterung zu den rechtschreibregeln der obere teil ist so wenn sie wenn sie orientierung suchen dann helfen wir ihnen aber das was ich unten markiert habe das lese ich ihnen mal vor das amtliche regelwerk basiert auf einer zwischenstaatlichen erklärung der neuregelung der deutschen rechtschreibung aus dem jahr 1996 also bis 1996 war der duden das was maßgeblich war tatsächlich aber seitdem seit dieser rechtschreibreform ist es nicht unbedingt so sondern es gibt dann 2004 gegründet den rat für deutsche rechtschreibung auf der grundlage deren beobachtung wird der schreibgebrauch festgelegt und das was wir in der duden redaktion machen ist eigentlich das was der rat sagt zu versuchen zu übersetzen für in allgemein verständliche sprache also manchmal sage ich auch naja ich vielleicht bin ich eine exegetin es gibt so einen kleinen gesetzestext diese diese rechtschreibregeln vom rat für deutsche rechtschreibung und wir versuchen das verständlich zu machen wir versuchen das auf die einzelnen wörter zu übertragen die nicht alle aufgelistet werden vom rat für deutsche rechtschreibung und haben den ansatz orientierung zu geben also hilfe zu leisten für die leute da zu sein die es richtig machen wollen und ich werde auch dann oft gefragt ja laura ist es überhaupt okay ich bin da ich bin ängstlich wenn ich denn e mail schreibe ob dann da auch alles richtig ist du bist doch bestimmt böse wenn ich dann fehler mache ich hätte ja nur in einem von deinen wörterbüchern nachgucken müssen dann sage ich naja also ich bin ja selber kein wörterbuch wie ich mache halt mit dabei wörterbücher zu machen und ich sage immer ich bin mein bester kunde selbst weil ich weiß wo ich nachschlagen muss wenn ich gerade mal was nicht weiß und diese idee vom wandelnden wörterbuch die ja das ist vielleicht auch so eine gestrige idee also auch dass man diese eine große person hat den konrad duden dem alle folgen wir verstehen uns eher als team wir sind ein junges gemischtes team und wir arbeiten zusammen wir diskutieren ganz viel wir wir analysieren die phänomene und gucken was da eigentlich was wir wie lösen können und es ist gar nicht so dieses diese diese herrschaftsidee die oft an uns herangetragen wird und da habe ich schon so ein bisschen angefangen über den nächsten punkt zu reden wie arbeitet die duden redaktion noch viel schöner zusammengefasst haben wir das mal in einem kleinen kurzen filmchen in einem erklärvideo wie die duden redaktion eigentlich arbeitet und das möchte ich ihnen euch einfach mal kurz vorspielen dann hören sie auch mal eine andere stimme zur abwechslung 148 tausend wörter stehen im duden auf www.duden.de sogar ein vielfaches davon mit jeder neuauflage werden es mehr denn sprache wandelt sich ständig sowie unsere gesellschaft und unsere lebenswirklichkeit neue wörter kommen hinzu andere verschwinden der duden bildet diese veränderung zuverlässig ab doch wie kommt eigentlich ein neues wort in den duden ständig durchforstet die duden redaktion mithilfe aufwändiger computerprogramme riesige mengen an texten auf der suche nach neuen wörtern häufen sich diese wörter über einen längeren zeitraum hinweg werden sie zu neu aufnahme kandidaten für duden.de oder eines der duden wörterbücher rechtschreibung redewendungen oder fremdwörter zum beispiel die textbasis bildet das duden korpus das über fünf milliarden wortformen zählt darin gehen aktuelle zeitungs- und zeitschriftenartikel romane reden reparaturanleitungen blogs und fachtexte ein ein gigantisches gedächtnis der deutschen sprache das ständig größer wird daraus schöpft die duden redaktion erst wenn sie sicher ist dass ein neues wort tatsächlich in den allgemeinen sprachgebrauch eingegangen ist stimmt sie für die neuaufnahme während veraltete wörter aussortiert werden so bleibt der duden stets auf dem neuesten stand als die autorität der deutschen sprache ja da hat die marketing abteilung das wort autorität doch wieder rein gemogelt das ist natürlich diese außenwahrnehmung und da verdient der verlag natürlich auch das geld mit aber vielleicht kann man es wandeln und sagen es ist eine moderne autorität also mein lieb mein das wort was ich liebe habe ist das der orientierungsgeber also dass wir dass wir orientierung geben wollen und helfen wollen und was man vielleicht in diesem kleinen filmchen auch schon gemerkt ist dass wir uns als wissenschaftlerinnen und wissenschaftler verstehen dass wir uns daten anschauen und nicht irgendwie einfach so entscheidungen treffen sondern dass wir uns anschauen wie ist eigentlich die sprache wie funktioniert eigentlich die sprache und mit diesem sprachwissenschaftlichen blick will ich jetzt weggehen von duden und diesem hintergrund und hingehen zum zu dem was was diesen symposium eigentlich noch näher ist die sache mit der mit dem vom unsagbaren zu sprechen und ich habe hintereinander her hintereinander weg ein paar ältere herren mitgebracht aus semiotik sprachphilosophie und kognitionswissenschaft die tolle ideen hatten und mich tolle modelle hatten an denen man zum einen merken kann wie sprache eigentlich funktioniert und zum anderen sich überlegen kann wie man bewusst die eigene sprache beeinflussen kann welche welche neuen sprachbilder man vielleicht finden kann und den anfang will ich machen mit der semiotik die von ihnen die ein philologisches studium haben kennen ganz bestimmt karl bühler und das organon modell ich will noch mal betonen karl bühler hat vom organon gesprochen also davon dass die sprache und das zeichen ein werkzeug sind und das hat maria schon so schön in der einführung ganz am anfang gestern gesagt das ist also die sprache ist ein mittel ein werkzeug was viel hilft aber was natürlich auch defizite hat und er hat dieses modell aufgeteilt dieses organon modell in drei teile sieht jetzt auf den ersten blick ein bisschen kompliziert aus aber wir wir tasten uns da mal entlang in der mitte steht z für das zeichen also das sprachliche zeichen das ist das zentrum er ist semiotiker also er denkt die welt vom zeichen her und unten links sehen wir den sender oder die senderin also die person die spricht und die findet den ausdruck des inneren im zeichen das zeichen kann aber auch unten nach rechts gesehen eine appell funktion haben also den hörer die hörerin appellieren wollen also ich kann mit meinem zeichen ein du ansprechen und oben hat er das er nennt gegenstände und sachverhalte das außersprachliche die welt also das was was wir wahrnehmen was wir beobachten und das können wir durch das zeichen darstellen also darstellung ausdruck und appell sind für ihn diese drei zentralen ebenen und so weit gehe ich jetzt mal als linguistin man kann dann darüber hinaus sich überlegen wo zeigt sich eigentlich meine spiritualität oder wie wie ist meine sprache in welche richtung geht das ist es der ausdruck meines innerlichen ist es der appell einem du gegenüber einem menschlichen du oder einem göttlichen du und wie stelle ich eigentlich die außersprachliche welt da in der sprache und den zeichen die ich wähle ich finde da steckt ganz ganz viel drin und deswegen ist es ja in in jeder einführung steht es immer am anfang obwohl die die semiotik eigentlich jetzt in der modernen linguistik gar nicht mehr so verfolgt wird ich will von das jetzt nur mal so als impuls stehen lassen wie gesagt im workshop können wir da noch weitergehen und uns überlegen wie man das vertiefen könnte ich will zum nächsten bereich gehen von der semiotik zur sprachphilosophie und dahin wo ich auch wirklich zu hause bin die sprachphilosophie und die der sprachgebrauch das ist auch der bereich in dem ich meine doktorarbeit geschrieben habe zur negation und ich habe auch darüber nachgedacht ob ich hier was erzählen will über die negation was ja auch gut passt zur negativen theologie aber ich habe mir gedacht was anderes ist fruchtbarer das mit den metaphern in der sprachphilosophie gibt es die rede vom uneigentlichen sprechen und das ist eine idee die unter anderem paul grise ja sehr stark verfolgt hat und er sagt wir haben die logik die wir kennen also die logik aus der mathematik es gibt ein und und ein oder es gibt ein entweder oder und das sind auch relationen die wir auch in der sprache abbilden plus und minus position negation diese diese mathematische logik er sagt aber auch in der sprache beobachten wir eine eigene logik ein eigenes system was über diese reine formale logik hinausgeht ich habe mal ein paar beispiele mitgebracht um das konkreter zu machen ina hat geheiratet und ein kind bekommen das wörtchen und würde in der formalen logik oder in der mathematik vielleicht gleichgesetzt werden mit plus also einfach addition das eine und das andere aber in dem satz steckt viel mehr da steckt auch eine reihenfolge drin dass sie nämlich erst geheiratet hat und dann kind bekommen hat das verstehen wir automatisch mit da muss man erstmal also über die sprache nachdenken um zu merken da verstehen wir viel mehr mit was über die reine logik hinausgeht ein anderes beispiel leider gerade wieder aktuell krieg ist krieg die tautologie eigentlich eine nicht aussage was was soll das heißen logisch betrachtet das gleiche ist äquivalent zum selben ja okay was soll das aber wir verstehen ganz viel mehr mit wir verstehen da einen vielleicht einen traurigen fatalismus mit oder eine eine zustimmung zu den waffen zu gehen oder viele andere interpretations möglichkeiten die uns die uns zur verfügung stehen weil es dieses uneigentliche sprechen gibt und weil es mechanismen gibt die die jemand wie paul grise eben beobachtet weil es maximen gibt wir haben ein ein vorwissen einen gemeinsamen einen common ground auf denen wir aufbauen konnten können und wir haben konventionen die über das logische hinausgehen und damit können wir sachen austauschen sprachlich über die man vielleicht sonst nicht so gut reden kann und ein beispiel noch das stammt von paul grise selbst du bist die sahnehaube auf meinem café da könnte jetzt ein naseweiß kommen und sagen aber ich bin doch ein mensch ich bin doch eine person ich bin doch keine sahnehaube ich möchte nicht auf auf sahne reduziert werden was was soll das denn aber da steckt eben mehr drin es ist ja irgendwie so nett ein bisschen ein bisschen ein bisschen valentinstag romantik ja es hat sie zum schmunzeln gebracht und das ist ein beispiel für eine metapher man kann die jetzt man kann die man kann die blöd finden man kann die lustig finden man kann sie charmant finden aber das ist ein beispiel dafür wie wir viel mehr mit verstehen in der sprache und uns von der logik verabschieden metaphern werden so oft in diese lyrische poetische vielleicht auch spirituelle ecke gedrängt und mir ist ganz wichtig zu sagen das ist nicht das ist nicht so metaphern sind ein grundlegender teil unserer alltagssprache und ohne metaphern würden wir uns überhaupt nicht verstehen wer von ihnen ist fußball-fan im weitesten sinn ein paar haben wir also ich muss sagen ich bin selbst kein besonders großer fußballfan aber es macht mir als linguistin so spaß zur sprache des fußballs zu forschen weil es einfach eine riesengroße datenmenge dazu gibt weil so wahnsinnig viel in den lokalzeitungen tageszeitungen geschrieben wird über den fußball also da haben wir eine riesen eine riesen menge an text auf die wir zugreifen können und eine riesen menge an metaphern das schiri duo bringt frankfurt in zwei szenen zum kochen trainer roger schmidt den die dortmunder torflut am sonntag den job kostete dortmund stimmt sich mit einem sechstore festival auf das duell mit beneficia lissabon ein verliert aber einen hauptdarsteller marco reuss muss nach muskelfaserriss für die champions league passen also da könnten wir jetzt in die analyse gehen und stundenlang darüber reden bei beispiel drei hat der autor oder die autorin vielleicht sich ein bisschen selber übertroffen mit festival hauptdarsteller und passen alles zusammen dann geht es vielleicht ein bisschen kreuz und quer aber was ich ihnen damit zeigen will mit diesen beispielen ist metaphern sind überall nicht nur im literarischen nicht nur im spirituellen und das ist eine grundlegende idee die in der kognitionswissenschaft aufgegriffen wurde und damit komme ich zum zum dritten beispiel baustein also nach semiotik sprachphilosophie die kognitionswissenschaft die die idee hat dass wir eigentlich in metaphern leben also dass unser unser denken metaphorisch ist und ganz berühmt mit dieser idee sind george laker von mark johnson geworden mit ihrem buch aus den 80ern metaphors we live by metaphors we live by lässt sich nicht so richtig gut übersetzen die die der titel heißt auf deutsch leben in metaphern aber es ist eben dieses wir wir verstehen die welt in metaphern und wir wir benutzen metaphern für alles ich habe das mal diese ideen in stichpunkten aufgeschrieben weil ich diese kognitionswissenschaftliche perspektive wirklich besonders fruchtbringend finde das habe ich eben schon gesagt metaphern sind nicht nur ein stilmittel oder eine sprachliche besonderheit wie man es irgendwie früher mal im deutschunterricht gelernt hat um gedichte zu analysieren metaphern sind ausdrucksvarianten auch für das schwer fassbare und das schwer beschreibbare sie sind ein mittel dafür die geistes gefühls und erlebnisfeld greifbar und benennbar machen zu können und da haben wir es wieder greifbar ist selber ja natürlich eine metapher in metaphern zeigt sich die menschliche fähigkeit die äußere und innere welt zu konzeptualisieren also zu verstehen und das mit dem konzeptualisieren das ist bei der kognitionswissenschaft besonders zentral also das konzeptualisierung etwas ist die geistige vorstellung die wir die wir uns von etwas machen und das konzepte eigentlich mentale organisationseinheiten sind also schubladen in die wir dinge stecken wenn wir ein bild von etwas haben dann meinen wir es verstanden zu haben also ist von dem bild das wir haben wiederum ja auch abhängig wie wir etwas verstehen diese diese wechselseitige perspektive sehe ich da als total zentral an und wir hatten das eben schon oder war es gestern wir hatten es eben die mit der kulturabhängigkeit von unserer wahrnehmung und unseren vorstellungen und da sind laker von johnson auch reingegangen und haben gesagt es gibt eigentlich typische konzepte typische metaphorische konzepte auf die wir immer wieder zurückgreifen und es ist funktioniert so dass wir das metaphern in dieser in dieser kognitionsperspektive eigentlich sich nicht von vergleichen unterscheiden sondern dass es kognitiv so ist ein konzept ist ist wie ein anderes konzept bezüglich von merkmalen ich habe noch mal ein paar beispiele mitgebracht für metaphern die welt ist ein gefängnis in dem einzelhaft vorzuziehen ist so ein aphorismus von karl kraus in bei dem man sich jetzt überlegen kann was will er denn uns damit eigentlich sagen also die welt das ist das konzept eins konzept zwei ist das gefängnis das mit der einzelhaft kommt dann noch dazu aber was sind denn jetzt die merkmale in dem in dem er die da zusammenbringt fühlt er sich in der welt vielleicht vorbestimmt fehlt die freiheit ist es es gibt irgendwie beschränkten kontakt man kann sich da jetzt verschiedene merkmale ja überlegen und dementsprechend unterschiedlich viel mit dieser metapher anfangen können oder nicht ich habe mir noch ein boris becker zitat mitgebracht mein gehirn war rührei was sagt uns diese metapher also das konzept gehirn ist wie das konzept rührei in bezug auf die merkmale damit kann man jetzt nicht gerade besonders gut denken oder ist es vielleicht hat eine andere metapher im hinterkopf die metapher des matschigen gehirns also das gehirn hat die konsistenz die matschige konsistenz von rührei und ist deswegen nicht in der lage besonders anspruchsvolle gedanken zu finden also sie sehen es gibt die unterschiedlichsten metaphern mit denen man vielleicht unterschiedlich viel anfangen kann und die einem unterschiedlich weit bringen können und da wollte ich eben schon hin ich dachte die folie kommt zuerst von den verschiedenen konzept kombinationen die kulturell für uns geprägt sind oder die wichtig sind also lake of and johnson haben sowas gesagt wie leben ist reise ist so ein ganz grundlegendes metaphorisches konzept da haben sie beispiele wie der lebensweg am beginn des lebens sie befand sich an einem wendepunkt ein anderes beispiel für typische konzept kombination zeit ist geld oder zeit ist ja irgendeine werteinheit lasst uns keine zeit verschwenden mehr zeit kann ich dir leider nicht geben ich habe sehr viel zeit investiert hoher status ist oben niedriger status ist unten ist nur ein beispiel für diese konzept kombination die wir haben mit oben und unten sie ist die karriere leiter hochgeklettert er hat es von ganz unten hoch geschafft sie steht am höhepunkt ihrer karriere ein anderes beispiel abstrakter sind dinge eine reihe von fragen also dieses abstrakte fragen dass man die hintereinander stellen kann an einer meinung festhalten maßnahmen ergreifen lake of and johnson sind kritisiert worden dass sie dass diese konzept kombinationen die sie so herausgearbeitet haben dass die eurozentristisch sind oder dem westlich christlichen weltbild entsprechen weil die beiden tatsächlich den anspruch hatten zu sagen das sind eigentlich universelle konzepte die alle menschen teilen und ich glaube in beiden perspektiven steckt was drin es gibt denke ich andere konzept kombinationen aus anderen kultur kreisen die ganz andere perspektiven aufbringen aber es gibt doch auch kulturübergreifende gemeinsame konzept kombinationen die frage ist natürlich jetzt welche metapher wähle ich für mich für das was ich ausdrücken möchte und lake of and johnson sind ja nicht die ersten die sich überhaupt damit beschäftigt haben sie haben es nur in diese kognitionswissenschaftliche perspektive gebracht als germanistin muss ich natürlich auch hermann paul zitieren der schon deutlich früher sagte also eher zur zeit von konrad duden es ist selbstverständlich dass zur erzeugung der metapher soweit sie natürlich und volkstümlich ist in der regel die diejenige vorstellungskreise herangezogen werden die in der seele am mächtigsten sind dass dem verständnis und der interesse ferner liegende wird dabei durch etwas näher liegendes anschaulicher und vertrauter gemacht das kann man ganz konkret sehen bei dem bei dieser kombination die wir eben hatten abstraktes wird konkretisiert eine frage wird an die andere frage gereiht so dass man abstrakte dinge besser greifen kann besser verstehen kann und das führt mich zu einem anderen bereich der kognitionswissenschaft nämlich die embodiment theorie die theorie oder die annahme dass wahrnehmung körper basiert ist wir hatten es eben auch schon mit der wahrnehmung also wir nehmen ja durch durch unsere sinne war also wir nehmen mit dem körper war das ist die eine seite dieser dieser embodiment theorie aber eben auch die dass unser denken körper basiert ist und darauf aufbauend dass viele bilder und metaphern die wir finden genauso körper basiert sind weil der körper das ist was uns am nächsten ist das kann man ganz einfach sehen an so ganz etablierten redewendungen wenn unseren unseren redewendungs duden durchblätter jemand etwas die stirn bieten in zungen reden etwas auf die leichte schulter nehmen in den schoß der familie zurückkehren jemanden unter die arme greifen etwas geht einem unter die haut das sind so das sind einfach ganz etablierte redewendungen die zeigen wird wir wir nehmen den körper und die körperlichkeit um damit andere dinge zum ausdruck zu bringen und ich habe eben schon den redewendungs duden erwähnt solche sachen die so themenfokussiert sind dazu machen wir gerne auch dann eigene bücher das habe ich auch im workshop dann dabei ein buch nur über redewendungen die mit dem körper zu tun haben ich habe so ab auf diese embodiment theorie zum einen weil die wichtig ist in der kognitionswissenschaft aber zum anderen auch weil ich das ganz interessant finde was die christliche spiritualität angeht und dieses personelle gottes bild was vielleicht auch dann in dieser körperbasierten metapher zu begründen ist jetzt gibt es unterschiedlich traditionelle metaphern und vielleicht daher auch unterschiedlich interessante metaphern man kann sagen diese alten redensarten die bringen mich jetzt nicht so viel weiter die sind irgendwie etabliert die gibt es schon jahrelang in der sprache ich will irgendwie was eigenes was neues und da gibt es verschiedene stufen von metaphern und ich will mal anfangen bei den metaphern die in der linguistik etwas traurig tote metaphern heißen da würden wir sagen das sind schon gar keine metaphern mehr wörter die früher mal metaphern waren und dann so in ihrer metaphorischen bedeutung in den sprachgebrauch übergegangen sind dass das die die ursprüngliche verwendung gar nicht mehr klar ist zum beispiel das wort zweck das hat ursprünglich so viel bedeutet wie der zugeschnittene flock der in der mitte von einer zielscheibe war das ist noch so ein bisschen erkennbar wenn man an das wort reißzwecke denkt was ja auch sonst wie so ein zugeschnittener kleiner flock ist aber jetzt kennen wir zweck nur noch im in diesem übertragenen sinn luther hatte das noch transparent zu zu seiner zeit wenn er wenn er sowas geschrieben hat wie meine lehre ist der zweck von gott gesteckt zu dem muss alles schießen also dieses dieses diese zugeschnittene flock in der mitte der zielscheibe jetzt haben wir schon über ziel gesprochen ziel ist doch auch eine metapher wenn man mal darüber nachdenkt also aber eine konventionalisierte im wörtlichen sinn eigentlich ist das ziel doch sowas wie das ziel einer reise das ziel beim sport also das wo man tatsächlich ankommt physisch die übertragene bedeutung ist dann die dass man etwas erreichen möchte dass man irgendwo ankommen möchte nicht im physischen sinn also da steckt auch schon eine metapher drin die aber ganz konventionalisiert ist und und deutlich ist dann gibt es die klischeehaften metaphern ich habe jetzt jemand das feuer der liebe aufgeschrieben das was einem irgendwie was man nicht mehr hören kann was einem schon zu den ohren rauskommt was sie bestimmt auch im religiösen kontext kennen diese metaphern die immer und immer gewählt werden und die einem nicht mehr neu inspirieren können unterschieden davon die kreativen und innovativen metaphern ich habe mal hier liebe ist ein heckenschütze gewählt das ist keine metapher die ich mir selber ausgedacht habe das ist von berliner lyrikerin dola arias die was so ganz brutales wie ein heckenschütze mit liebe verbindet aber vielleicht ist da auch ein bild von amor drin also keine metapher die sich irgendwie schon konventionalisiert hätte sondern es hat eben was lyrisches es gibt noch ein weitere eine weitere sorte von metaphern zwischen den konventionellen und den neuen und das kann finde ich sehr inspirierend sein nämlich die die re metaphorisierung also die reflexion über die sprache und damit das bewusst werden darüber was da eigentlich dahinter steckt und damit zu einer neuen bedeutung kommen und weil sie bestimmt alle gerne lachen habe ich mal den guten alten heinz erhard mitgebracht der ein könig der re metaphorisierung ist hier seine rede über die rede nun beginnt man im laufe der rede worte zu verlieren dadurch fehlen sie einem bald deshalb muss man schleunigst nach neuen worten suchen bis man welche gefunden hat hat man endlich wieder worte gefunden gehen sie einem aufs neue verloren und man muss wieder nach worten suchen und so weiter und so weiter ein ewiges verlieren suchen und finden ist so eine rede und leider steht ihre länge meist in keinem verhältnis zu der länge ihrer gedanken also bei ihm hat es den humoristischen zweck aber man kann ja auch wenn man bewusst und mit dieser idee über die sprache nachdenkt konzept eins ist wie konzept zwei in bezug auf diese merkmale die mich interessieren vielleicht dann auch neue merkmale finden neue eigenschaften finden in alten metaphern und einen abschließenden punkt habe ich der auf dieses uneigentliche nochmal abzielt und auf dieses unsagbare ich habe damit angefangen dass die sprache immer nur ein werkzeug ist und deswegen auch nur ein hilfsmittel also ein tolles werkzeug aber es ist hat eben auch defizite aber was ich bei metaphern so besonders toll finde ist die emergenz dass das ganze mehr ist als die summe der teile also dass ich auch wenn ich noch so sehr linguistisch das runterbrechen versuche dass ich sage konzept eins ist wie konzept zwei in bezug auf die merkmale eins zwei drei vier dass ich manchmal noch mehr da drin sehen kann in diesem sprachlichen bild und dass ich das auch kommunikativ übertragen kann auch wenn wenn es unsagbar bleibt und ich habe dazu noch ein beispiel mitgebracht der mann ist ein bulldozer also was heißt das eigentlich ein bulldozer ist was was den weg platt macht aber in so einem in so einem bild will ich eigentlich kommt wird mehr übermittelt da wird auch gesagt der setzt sich durch ohne rücksicht auf verluste aber der bulldozer der hat ja gar nicht die eigenschaft dass der sich irgendwie durchsetzt oder seine ziele verfolgt oder so der ist vielleicht einfach nur besonders besonders stark oder so also schon in so simplen metaphern kann man gut auf diese emergenz kommen die sich eben ergibt dadurch dass zwei konzepte miteinander überhaupt erst kombiniert werden also neue merkmale werden dadurch herausgebildet durch dieses zusammenspiel von verschiedenen elementen also dadurch dass ich überhaupt das eine mit dem anderen immer metaphorischen bild erst kombiniere kommen kommen ja neue ideen neue gedanken dabei raus und ja das habe ich gerade schon gesagt diese emergenten merkmale lassen sich nicht oder zumindest nicht offensichtlich auf dieser sprachlichen analyse ebene wirklich zum zur eigenschaft von dem einen konzept oder dem anderen zurückführen und ja das ist eigentlich die die hauptsache warum ich metaphern so spannend finde und die arbeit mit metaphern dieses dieses dritte diese diese emergenz die man damit erzeugen will okay damit möchte ich schließen und bedanke mich sehr für ihre aufmerksamkeit